Herzlich willkommen hier mitten aus der Natur und vor allen Dingen auch mitten in deiner Gesundheit. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um dein Gehirn und vor allen Dingen fünf Lebensmittel, die dein Gehirn eventuell schädigen und die bei dir im Alltag auch vorkommen und wie du es besser machen kannst. Von daher, gib dem Video sehr gerne am Anfang einen Daumen nach oben. So erreichen wir mehr Menschen in dieser Community, damit wir noch mehr Menschen zur Gesundheit verhelfen können. Zunächst, was macht unser Hirn überhaupt alles für uns? Das Hirn macht uns Menschen überhaupt erstmal lebensfähig. Das Stammhirn bestäuert unsere Atmung, die Verdauung und die Zirkulation bei uns im Körper und auch das Schlucken. Das Cerebellum, das Kleinhirn steuert alle motorisch automatisierten Sachen, das heißt Autofahren, Fahrradfahren. Der Thalamus, wie genau genommen der Hypothalamus, der vielleicht wie Körperwärme für den Salzhaushalt und für den Schlaf-Wachrhythmus. Darunter liegt die Hypophyse, die Hirn-Anhang-Drüse, vor allen Dingen unsere Schilddrüse reguliert und damit natürlich auch unseren Stoffwechsel. Das ADH, welches den Wasserhaushalt reguliert. Das Oxytocin spielt unter anderem eine wichtige Rolle bei der Paarbildung, bei dem Orgasmus, bei mütterlicher Bindung, bei Gruppen- und Angstverhalten. Und das große Cerebrum, das große Hirn quasi, das Lernverhalten, wo es auch alles stattfindet und sich auf neue Reize einschießen und solche Sachen. Also wirklich sehr, sehr wichtig. Einige Lebensmittel schädigen oder stören das Hirn in seiner Funktion. Lebensmittel Nummer 1 kommen wir hier. Fisch hat die unangenehme Eigenschaften, Schwermetalle in sich zu akkumulieren. Einige mehr, die anderen weniger. Schwermetalle finden sich vor allem im Fettgewebe. Daher akkumulieren Fische sehr, also fettige Fische vor allen Dingen sehr viel davon. Und vor allen Dingen auch belastend sind die Fische noch mehr, die natürlich dann auch Jäger sind. Denn diese essen dann auch noch andere Fische halt. Pflanzen hingegen weniger, denn diese essen ja keine Fische in der Regel. Einige Beispiele habe ich für euch vorbereitet. Zum Beispiel ist es so, dass die Forelle, der Saibling, Karpfen, Lachs, Alaska-Seelachs, Spotten, Sardinen, Heringe, aber auch der Pangasius akkumulieren eher weniger. Das sind so 10 bis 40 Mikrogramm pro Kilogramm Schwermetalle. Also alles im Rahmen. Hohe Quecksilber, Mittelwerte, haben hingegen der Thunfisch, der sehr, sehr viel konsumiert wird. 184 Mikrogramm pro Kilogramm. Oder Schnapper, hier sehen wir auch wieder diese Jagdfische. Und vor allen Dingen Butterfische mit 677 Mikrogramm pro Kilogramm sollte definitiv mit vor sich genossen werden. Anorganisches Quecksilber ist nicht so gefährlich wie organisches, mytiliertes Quecksilber aus Fischen. Weil es organisch gebunden ist. Kennen wir zum Beispiel auch von Mineralen. Wenn sie dementsprechend organisch gebunden werden, wenn sie schon mal aus der Erde irgendwo herausgenommen worden sind. Dass sich jene gut im Fett ablagern können. Natürlich auch in den Fischen und das ebenfalls. Und natürlich auch bei uns im Hirn. Denn das Problem ist, dass die mytilierte Form nämlich fettlöslich ist und dementsprechend auch die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann. Und da unsere Hirn nun mal zu 55% aus Fett besteht, dann bietet das natürlich eine sehr gute Heimat für diese fettlöslichen Schwermetalle. Da sollte der Fischkonsum in meinem Achtens im Rahmen gehalten werden. Und dass der Entgiftungsprozess noch hinterher passieren kann. Denn du akkumulierst quasi Schwermetalle, entgiftest aber auch gleichzeitig. Wenn du aber mehr Schwermetalle konsumierst, als du entgiften kannst, dann kommt es halt zu Problemen. Der Körperprodukt ist hier zwei wichtige Stoffe, die alleine dafür zuständig sind, den Körper von Schwermetallen zu befreien. Das ist einmal die Alphaliponsäure und einmal das Blut-O-Thion. Diese können beide den Weg ins Hirn finden. Vor allen Dingen ganz, ganz wichtig. Der sinkt auch auf Dauer, die Schwermetallkonzentration bei uns im Körper halt. Das ist ganz normal. Und diese werden dann dementsprechend wasserlöslich gemacht, konjugiert und folglich über den Urin ausgeschieden. Was nichts bringt, ist sowas wie Zeolitprodukte oder Kieselsäuren. Denn das Einzige, was diese machen, ist, Stoffe zu binden im Darm, die sowieso relativ zeitig auch den Darm verlassen hätten. Und diese werden sich niemals in der Konzentration oder überhaupt in einem Hirn oder sonst wo finden, um diese Schwermetalle aus dem Gewebe zu lösen. Das können diese Stoffe nicht. Du kannst kein Milligramm entgiften ohne Glutathion zum Beispiel. Das ist wichtig für die Konjugation, für die Ausleitung in der Detoxifikationsphase 2 der Leber. Und anders geht es nicht. Von daher lasst euch da bitte nicht irren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich verlinke euch sehr gerne mal Glutathion oder Alpha-Lipolensäure unten. Wenn ihr da einen Mangel habt, könnt ihr da sehr gerne mal drauf schauen. Findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ganz wichtig. Glutathion kann nicht in Kapseln aufgenommen werden, weil es ein Tripeptid ist, würde im Magen zersetzt werden. Von daher gibt es nur intravenös oder liposomale Darreichungsformen. Ganz, ganz wichtig. Wenn du Alpha-Lipolensäure nimmst zu Schwermetall aus Leitung, dann musst du beachten, dass es eine geringe Halbwertszeit hat von wenigen Stunden. Daher immer kleine Mengen über den Tag verteilt, wenn man es denn so für diesen Zweck quasi konsumieren möchte. Lebensmittel Nummer 2 ist Alkohol. Alkohol ist ein Nervengift, genau genommen ist Ethanol oder ist Methanol. Methanol noch ein bisschen schlimmer, das macht sogar blind. Bei einer Alkoholvergiftung kommt genau das zum Vorschein. Die Beeinträchtigung des Hirns, sodass man das Bewusstsein auch verliert. Ja, Alkohol regt die Bindung von Gamma-Aminobuttersäure an. Ja, auch kurz GABA. Dieser Botenstoff hemmt die neuronale Aktivität im Gehirn. Heißt, dockt er an einer Nervenzelle an, wird diese gebremst und gibt ihre Informationen langsamer weiter an die Nachbarzelle. Gleichzeitig blockt Ethanol Glutamat. Dieser Botenstoff wirkt stimulieren und regt die Nervenzellen an, ihre Infos weiterzugeben. Durch Alkohol wird davon aber weniger freigesetzt. Je mehr wir trinken, desto mehr wird unser Hirn gehemmt, bis es Schäden nimmt. Des Weiteren hemmt Alkohol auch Vitamin B1. Dieses ist aber sehr essentiell für die Kraftwerke in unserer Zelle, das heißt die Mitochondrien. Und sehr wichtig, so kann die Pyruvatehydrogenase, das ist ein Enzym, nicht den Zucker veratmen, sondern vergärt ihn zur Milchsäure, was karzinogen wirkt auch im Hirn. Auch hier hilft Glutathion sehr gut, denn es ist vor allem der Leber für die Detoxifizierungsphase 2 zuständig. Ebenfalls helfen Gemüsesäfte mit vielen Antioxidantien die Schäden zu minimieren und den Rest Alkohol auszuspülen. Darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht, seht ihr hier. Stoff Nummer 3 AGE, das sind Advanced Glucation End Products. Glucation heißt immer Verzuckerung. Doch welche Lebensmittel haben besonders viel davon und wie entstehen sie, das klären wir jetzt. Wir sehen hier in der Tabelle einmal Früchte, allgemein Rohkostprodukte haben keine nennenswerte Konzentration von diesen AGEs. Besonders viel haben stark erhitzte Produkte, wie zum Beispiel frittiertes, gegrilltes. Hier einige Beispiele, zum Beispiel Früchte haben so circa 10 pro 100 Gramm hingegen gegrilltes Fleisch, 70 mal so viel. Ähnlich geröstete Mandeln. Da achtet auch immer bei Nüssen darauf, dass sie Rohkostqualität haben. Denn geröstete Nüsse sind nicht gesundheitsförderlich, sondern gesundheitsschädlich. Da zusätzlich die Transfette noch zusätzlich zu den AGEs entstehen. Sie entstehen, wie wir gelernt haben, durch Hitze. Genauer genommen die Mylid-Reaktion, indem Aminosäuren mit Zucker reagieren. Dafür braucht der Prozess aber eine Aktivierungsenergie und das ist die Hitze. Diese induzieren Sauerstoffradikale im Körper und stören dann alle möglichen neurologischen Funktionen bei dir im Körper. Wir erhöhen natürlich auch das Sterberisiko, sehen wir hier. Schlafapnoe sind Atemaussetzer, die durch eine neurologische Störung im Hirn hervorgerufen wird. Eine Meta-Analyse fand heraus, dass Menschen, die viele AGEs konsumieren, statistisch signifikant öfter darunter leiden. Aber auch Meta-Analysen zu Herz-Kreislauf-Erkrankten raten stark davon ab, dieses in großen Mengen zu konsumieren. Von daher an die Lebensmittel eher schonend zubereiten. Stoff Nummer 4, Geschmacksverstärker, zum Beispiel Aspartam und Co. Diese finden sich vor allem in Leitprodukten, die möglichst wenig Kalorien haben sollen. Da solltet ihr immer euch zu denken geben, das passiert meistens nicht ganz so ohne Nebenwirkungen. Diese Verbindungen können die Synthese und Freisetzung von Neurotransmittern wie Dopamin, Noradralin oder Serotonin hemmen, die bekanntlichermaßen die neurophysiologische Aktivität regulieren. Aspartam wirkt als chemischer Stressor, indem es den Kortisonspiegel im Plasma erhöht und die Produktion von überschüssigen, freien Radikalen auch verursacht. Also achtet darauf, Alpha-Liponsäure, Mangel im Körper definitiv zu vermeiden, so wie Glution. Esst genügend Antioxidantien in Form von Gemüse, eher wenig Obst, eher mehr Gemüse. Wenn, dann Beerenfrüchte. In diesem sehr viel Antioxidantien, relativ wenig Zucker und viele Ballaststoffe. Wenn man Alkohol trinkt, sollte man eher auf Rotwein zurückgreifen, denn dieser enthält viele Polyphenole und stellt noch die beste Form des Alkohols meines Erachtens dar. Ich habe auch mal in der Studie gezeigt, dass zum Beispiel Rotwein noch einige tatsächlich Vorteile hatte und Weißwein dann schon sehr viel schlechter war für Gesundheit. Leitprodukte konsumiere ich tatsächlich nur über meine Leiche, weil das kann jeder machen, wie er möchte. Sie stören nachweislich nicht nur die Nerven, sondern zerstören auch Darmbakterien, da sie direkt wie in vitro quasi, wenn sie eingenommen werden, das heißt in Zellkulturen, das spielt aber keine Rolle, denn wenn sie eingenommen werden, treffen sie ja sofort auf Darmzellen und zerstören diese auch in den meisten Fällen. Da gibt es viele Studien schon mittlerweile dazu, da mache ich nochmal ein separates Video dazu und vor allen Dingen greifen sie auch in den Hormonhaushalt ein, wie zum Beispiel das Insulin. Da gibt es ja auch viele Beispiele, zum Beispiel Sucralose gibt es auch sehr erdrückende Studien mittlerweile schon, kann ich euch auch mal ein paar Studien dazu zeigen in Zukunft. Wer Süße möchte, sollte eher auf Stehwert zurückgreifen oder Yakon-Sirup ist auch super, sie schmecken süß, haben aber keine verfügbaren Zucker. Der Yakon zum Beispiel, die Zucker ein bisschen aus Ballaststoffen, das ist sehr gut für eine Darmbakterie noch dazu. Das ist sicherlich sehr, sehr förderlich. Noch ganz kurz zum Schluss nochmal ein Bonus, zu wenig DHA. Das Hirn benötigt, um gesunde Zellen aufrechtzuhalten, die richtigen Fette, denn Zellpartikel müssen ständig ausgetauscht werden. Ein wichtiges Beispiel ist hier die DHA-Fettsäure, die Omega-3-Fettsäure. Diese macht circa ein Viertel der Hirnmasse aus, die meisten Menschen konsumieren sie aber nicht, denn der Fisch, den sie dann noch konsumieren, wird viel zu heiß meistens noch erhitzt und dann zerfallen die extrem anfälligen Fettsäuren. Mehrfach umgesetzt Fettsäuren, ja, sehr, sehr schnell und zu Transfetten dann dementsprechend, ja. Diese DHA-Fettsäuren sorgen aber am meisten für die neuronale Plastizität und damit das Nährvermögen bei dir auch, ja. Pflanzenbasierte Menschen essen gar keinen Fisch, ja, was sie noch schlechter damit versorgt dementsprechend. Und die Synthese ist nicht ausreichend gegeben, aus Leinsamen dementsprechend die optimale Menge zu synthetisieren von DHA aus den Leinsamen, Shiasamen und wie auch immer, aus der Vorstufe quasi, ja. Das habe ich ebenfalls in meinem Video mal gezeigt, kann ich euch hier mal kurz nochmal einblenden, halt, ja, dass es mittlerweile wirklich belegt ist, du kannst nicht diese Menge erreichen, ja, wie Menschen, die es tatsächlich konsumieren auf Supplementbasis halt einfach, ja. Ja, das muss man ganz klar sagen und das hat Vorteile, da ist die Datenlage sich mittlerweile auch schon einig, ja. Ich nutze zum Beispiel Algenöl, ja, das hat meine Hirnleistung deutlich, deutlich verbessert, ja. Aber auch mein Kardiologe hat zum Beispiel vor kurzem auch gesehen, dass ich fitter als noch mit 23 bin halt, ja. Sondern ich konnte wirklich viel, viel mehr leisten mittlerweile, weil es die Fließfähigkeit des Bluten natürlich auch beeinträchtigt, denn es wird eingebaut in die roten Blutkörperchen in der Membran und damit erhöht es die Fluidität, ja. Also das ist ganz, ganz wichtig bei dem Algenöl immer darauf zu achten, dass es Schwermetalle, vor allem Erreger und Pestizide und Ethylenoxid und solche Sachen geprüft ist und aktuelles Analysezertifikat. Die meisten haben vor drei, vier Jahren irgendein Analysezertifikat oben oder sowas halt zu dem Problem. Also da muss man wirklich immer darauf achten, dass es jedes Mal geprüft ist. Vor allem, ich kann euch da sehr, sehr, sehr stark das von Puracel empfehlen, dass es momentan sehr, sehr aktuell geprüft ist auf alle möglichen Parameter und vor allen Dingen auch mit den höchsten DH- und EPA-Gehalt. Also es ist wirklich wahnsinnig, schmeckt dazu noch super gut, verlinke ich euch auch unten mal. Das war schon ein Video, das waren fünf Tipps von mir. Ich hoffe, du konntest wieder sehr viel lernen und wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen und auf puracel.de könnt ihr mich natürlich auch unterstützen für meine kostenlose Arbeit. Wir sehen uns gleich auf puracel.de. Viel Spaß und viel Erfolg weiter in deiner Gesundheit. Bis dahin, ciao. Bis zum nächsten Mal.